Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir alle Schritte bis zum fertigen Bild. In vier Teilbereichen schauen wir uns gemeinsam die Vorbereitung, die Skizze, das Mischen der Farben und das Malen an. Wir starten ganz am Anfang mit der Vorbereitung. Alles beginnt mit der Auswahl der Unterlage. Ich male auf einer Malpappe und diese ist 40 x 50 cm groß. Genau dieselbe habe ich noch ein zweites Mal. Für ein Bild habe ich mich auch entschieden. Es wird eine Bildkopie von Edgar Payne. Diese habe ich mir vergrößert ausgedruckt auf vier Teile. Die sind jetzt noch etwas zu groß auf der linken Seite. Die werde ich dann aber ganz einfach abschneiden. Und die zweite Unterlage, die ist jetzt nämlich für unsere Vorlage gedacht. Ja, diese ist auch noch eingeschweißt. Das bedeutet, die Blätter, die ich gleich aufleimen werde, die kriege ich mit der Folie dann auch wieder runter. Und die Malpappe kann dann fürs Malen verwendet werden. Zuerst hingelegt, damit beim Verleimen auch keine Fehler gemacht werden. Ja, und dann bringe ich die Teile an. Du kannst natürlich auch alles andere verwenden. Klebeband, normales, doppelseitiges. Für mich funktioniert Lime ganz gut. Da braucht es auch nicht allzu viel. Das hält ganz gut auf der Folie. Da habe ich also alle vier Teile richtig angebracht. Und der angesprochene Teil, der etwas zu große, der wird nun ganz einfach abgeschnitten. Wahlweise hätte man das Bild natürlich auch einfach verkleinern können. Das Abschneiden passt hier jetzt aber ganz gut für mich. Weiter mit der Vorbereitung. Wir malen ein Gitter auf die Vorlage. Das können wir unterteilen, wie wir möchten. Das Ziel, also ihr habt es ja schon gemerkt, wieso dieselbe Unterlage, dass die Vorlage und die Unterlage, auf der ich malen werde, genau gleich groß sind. Und auf diesen beiden Teilen bringe ich jetzt das genau selbe Gitter an. Ich habe mich hierbei dafür entschieden, alles zu vierteln. Und das war es jetzt auch noch nicht ganz. In der Vorlage male ich mir noch weitere Dinge an. Das hat jetzt nicht mit der Skizze zu tun, wie beim Gitter, sondern mit dem Aufbau vom Bild. Ich baue das Bild immer sehr flächig auf. Das bedeutet, dass mir anfangs die Details egal sind. Und wenn ich das Bild flächig aufbaue, dann kann ich gerade schon in der Vorlage nach diesen Flächen suchen und mir diese auch eintragen. Das bedeutet der hintere Berg, der mittlere Berg und die Bäume beispielsweise. Ja, dann habe ich während dem Malen und bei dem Anbringen der Skizze, die Vorlage ist ja schwarz-weiss, habe ich einfach eine bessere Sicht über alles und ja, der Aufbau wird mir einfach nochmal erleichtert. Diese ganze Prozedur könnte man auch einfach durch einen grossen Bildschirm ersetzen. Das wäre durchaus eine Option. Wenn du das aber auf einem Bildschirm machst, der nicht so gross ist, wie die Unterlage, auf der du malen möchtest, dann hast du halt eben in Vorlage und Unterlage nicht die gleiche Größe, logischerweise. Darum nehme ich diese Prozedur für dieses Mal in Kauf. Weiter geht es mit der Skizze. Und ich glaube, jetzt kannst du auch gut verstehen, warum das Gitter, weil das Übertragen aller Formen einfach erleichtert wird, denn du hast Anhaltspunkte. Je enger du das Gitter einzeichnest, desto mehr Anhaltspunkte hast du natürlich. Ja, das ist deine Entscheidung, ob du jetzt die Länge in vier Teile aufteilst wie ich oder beispielsweise in acht. Und weil die Bildvorlage genau der Unterlage entspricht, ist es eben einfacher, die Skizze an sich zu übertragen, aber auch während dem Malen an sich, während dem Aufbau, hast du links neben dir in deinem Sichtfeld permanent die Vorlage, die halt eben einfach genau deiner Unterlage entspricht. Das hat gegenüber einem kleinen Bildschirm einfach den Vorteil, dass du den Überblick viel leichter behalten kannst. Und beim Aufbau der Skizze achte ich wie gesagt darauf, es dient nachher dem Aufbau vom Bild, darum erstelle ich die Skizze so, wie ich das Bild aufbaue. Ich baue meine Bilder wie gesagt flächig auf, verzichte zuerst auf Details, dann ist man nicht direkt überfordert, also brauche ich auch nur diese einfachen Flächen in der Skizze. Um das Bild zu malen, brauchen wir erst passende Farben dafür. Und da habe ich mir etwas überlegt, womit Anfänger sich selbst ganz leicht überprüfen können. Wir nehmen einfach unsere Vorlage, kopieren sie farbig aus und dann haben wir alle Farben neben uns, erleichtert schon mal das Mischen und wie gesagt können wir uns selbst ganz leicht überprüfen. Wie jetzt hier zum Beispiel, ich beginne mit der Farbe vom Himmel, ich kann aus der Vorlage rauslesen, da ist Ultramarin drin und Weiss. Also mische ich mir erst mal eine solide Farbe, kann die immer wieder überprüfen und kann vom Überprüfen her entscheiden, was muss noch gemacht werden. Muss ich heller werden? Muss ich etwas abdunkeln? Fehlt der Farbe etwas Punch? Hier nochmal das Überprüfen. Ja, ist ganz gut soweit. Ich sehe hier schon ganz gut heraus, es braucht noch etwas mehr Gelb und dann ist die Farbe sehr gut getroffen. Ich kann euch zum Farbenmischen allerdings sagen, ihr müsst nicht unbedingt darauf achten, dass der Tonwert, also die Farbe an sich, unbedingt perfekt ist, also die Bläulichkeit, sondern viel eher auf die Helligkeit zu achten. Denn die Values auf Englisch, also die Helligkeiten und Dunkelheiten, die machen im Bild die ganze Arbeit und die Farbe kriegt zum Schluss das ganze Lob. Warum ein Bild funktioniert, hat aber mit den Helligkeiten und Dunkelheiten zu tun und weniger mit den Farben selbst. Und wenn wir uns so ein paar Farben gemischt haben und uns selber überprüft, sehen die dann auf einer Malpalette abgelegt, so aus wie hier. Damit haben wir wieder perfekte Bedingungen geschaffen für das Malen selbst. Wir haben einen Großteil der Farben gemischt für die grossen Flächen, konnten uns dabei selbst überprüfen und alle Zeiger stehen jetzt schon mal auf Erfolg. Dann bleibt also noch das Malen an sich. Ich habe in der Vorbereitung und in der Skizze bereits darüber gesprochen. Hier spielt es jetzt natürlich eine Rolle, wie du aufbaust. Ich kann für Anfänger immer empfehlen, beginnt flächig und geht dann erst auf Details. Denn es bringt nichts, ein Pferd wunderschön detailliert fertig zu malen und dann zu merken, passt ja überhaupt gar nicht in die Landschaft hinein. Es ist allgemein zu dunkel oder steht schräg da. Oder sonst stimmt irgendetwas nicht damit. Also in ganz einfachen Flächen aufgebaut. Der hintere Berg ist jetzt beispielsweise in zwei Teilbereiche aufgeteilt. Der Schneebereich und der Gesteinsbereich. Ich male hier nämlich mit wasservermalbaren Ölfarben und da ist es nicht wirklich sehr spassig, mit Weiss über bereits gemalte Flächen drüber zu malen. Das sollte vermieden werden. Aber ihr seht jetzt auch die Bäume, die Baumkette, ganz einfache dunkle Fläche. Das erste Malen von den Pferden und den Reitern dient auch erstmal mehr als Einteilung und um Gewissheit zu finden, wo die Pferde und Menschen denn schlussendlich im Bild sein sollten. Ja und sind die Flächen dann eingeteilt, dann geht's weiter mit Details. Kleine Verbesserungen in den Farben, das bedeutet etwas abdunkeln, etwas aufhellen und halt wirklich mehr Zeit in Details geben. Einzelne Pinselstriche für beispielsweise jetzt auch einzelne Blätter in den Bäumen und allgemein diese aufbauen, auch das Malmesser verwenden für einzelne Stämme zum Beispiel und so dann auch die Reiter und die Pferde final detailliert und gemalt, wie ich sie denn schlussendlich haben möchte. Dann kommen final die letzten Striche und wir sind bei unserem Endbild. Aber halt, bevor du das Video jetzt verlässt, Mir ist klar, dass das jetzt sehr schnell vermittelt wurde und ich in jedem Teilbereich nur die Oberfläche angekratzt habe. Keine Sorge, für jeden dieser Teilbereiche habe ich bereits ein separates Video aufgenommen. Ich verlinke dir alle vier in der Videobeschreibung. Wie immer bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss!